Rattengift prinzipiell cool, allerdings falsche Ecke. Warte mal, war unter der Villa nicht auch so ein Gang? Okay, ich glaube ich muss wirklich... als so ein Typ hier irgendwie hin. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Typ hier, aber ich glaube, es ist ein Typ hier. ok nur kurz auf er pennt ok, pass auf, dann machen wir das einfach mal irgendeiner wird sich schon dran erfreuen das auf jeden Fall so, die Sache ist was haben wir hier noch ah, cool aber kommt denn einer hier von den Professoren da mal rein ich hoffe ja nicht, dass ich jetzt hier irgendwie erwischt werde oder sowas Alter, ist das spannend Mann Körper wurde gefunden ok, da ist ein Flugzeug die wundern sich jetzt ok, da liegt einer ok, wir wissen noch nicht so ganz was da mit einzufangen so, das Lager wird wahrscheinlich jetzt im Alarmzustand sein ok ich muss erstmal beobachten, was die hier machen das ist sehr aufregend gerade ok wie viel Munition habe ich denn hier wie viel haben wir denn hier noch von den Soldatis wahrscheinlich wieder ohne Ende ich kenne es doch das ist doch wieder so ein Spiel wo die Leute ohne Ende hier Bereitschaft haben stirbst du auch mal ok ok, der untersucht so, ok jetzt müssen die Wachen eigentlich auch in Alarmbereitschaft sein und rauskommen somit habe ich einmal die Möglichkeit scheiße der bescheid gesagt hoffentlich kommen wir es nicht allzu viel verdammt ok ok so, das heißt ich müsste jetzt zusehen dass ich schnellstmöglich mich verkleide und dann auf der anderen Seite wieder runter das wäre glaube ich jetzt richtig, richtig, richtig gut wenn es denn so funktioniert wie ich mir das vorstelle wahrscheinlich aber nicht ich kenne mich schon bei meinem Glück passiert alles nur nicht das, was ich will ok ok, wo kommen wir hier raus dass ihr nicht auf die Idee kommt dass ich hinter euch bin weil die Tür auf ist, ne ok war ein Fehler war ein Fehler ich muss wieder runter glaube ich ok ich kann hier noch nicht lang scheiße kleines der kommt von da oben oh ja, der kommt auch gut so wenn ich jetzt da hochrenne jetzt ist die Frage ist hier einer? nein, hier ist keiner, ne jetzt ist die Frage wenn ich jetzt mich hier bediene gibt es hier irgendwo eine Umkleide mit bestimmten Klamotten ich muss ja irgendwo muss ich mir ja umziehen hier haben wir das Scheißhaus das heißt ihn müssen wir jetzt auch erstmal tot machen so, was haben wir hier? Küchenhilfe nein, Küchenhilfen brauchen wir nicht ihn haben wir hier als grüner Klempner nein verdammt fliehen wollen wir noch nicht wir müssen hier runter ey, komm koste es was es will ah, okay ich weiß wo wir sind da sind wir schon vor Folgen langgelaufen vor Millionen von Folgen Gott ist das scheiße gibt es nicht die Möglichkeit kann man hier nicht in den Optionsspielmechanik bla 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 war das so? ah, genau und hier war doch immer eine Karte abgelegte Verkleidung Reinigungskarte achso man zerstören sie das Virus ah, okay der Virus ist da unten das heißt wenn ich mich jetzt so hinstelle das so und dann hier rein und dann müsste er ja eigentlich da sein richtig oder täusche ich mich da jetzt verrenne ich mich da jetzt nochmal verdammt wie würdest du vorgehen hilf mir doch bitte verdammt ist natürlich jetzt schon spannend ne man das gibt es doch gar nicht Alter das ist ein riesen areal ich muss hier irgendwie rein kostet was es wolle okay er holt jetzt seine Leute stirbt doch einfach cool fuck fuck er lebt noch ach du scheiße von einen Leuten da unten werde ich oh oh okay okay dann muss ich tatsächlich den Weg über die Knallköpfe hier hinten gehen oh nee und ich dachte ich wäre schon richtig weit so aber so so richtig weit und stattdessen wo kommen wir hier raus ah okay vielleicht für die Flucht später gut zu wissen alles klar okay es labor wach man ich weiß echt nicht ob das so gut ist was ich hier mache ich kann es dir echt nicht sagen ich weiß es echt nicht ich weiß auch nicht wie viele Leute hier noch nachspawn das kann ich jetzt nicht sagen es ist halt die radikale es ist halt einfach schlichtweg die radikale Seite oh man oh yes wo ich sehe nichts scheiße ich bin gerade sowas von tot ohne Witz ohne Witz ich bin gerade sowas von tot okay ich hoffe nur dass man Munition ausreitet oh nein okay sieht gut aus erstaunlicherweise okay da kommt schon wieder einer eingewackelt scheiße ey da so viel Munition verballert es ist verrückt was ich hier mache wenn ich jetzt die Waffe auswähle warte mal wo war es ich habe so ein riesenareal an Waffen wahnsinn wir haben ihn nicht fein gelassen so okay ich glaube ich bin jetzt relativ safe oh gott sei dank gott sei dank okay kann ich denn jetzt mit dieser kleidung da rein guten Tag so dann ziehe ich mich einfach mal neu an habe ich hier eine Chance oh gott Leute ich komme näher ich komme mein Ziel näher da muss ich hin oh gott oh gott ach komm sterben werde ich mir sowieso so so ich glaube ich sollte raus ne ist das jetzt meine Mission gewesen nicht dass jetzt nur einer kommt zerstören sie den Virus das war noch nicht alles da muss noch irgendwas yes okay es hat funktioniert okay alles klar sehr schön da ist die falsche Tür Maka okay der könnte mir noch gefährlich werden okay habe ich eine Chance hier irgendwie rauszukommen oh nein oh nein Flugzeug falsche Seite ja super das kann natürlich auch noch besser werden Leute es tut mir leid dass ich gerade so ein bisschen wenig erzähle aber es ist gerade etwas aufregend hier so dann würde ich sagen verlassen wir die Mission ETHER SECURITY IS IN THE DARK ABOUT THE INCIDENT I fear the company knew about the virus not even the board must have been someone in the lab I understand I'll get to the bottom of this Boss is unhappy I followed you from Italy I guess when you're invisible you stop looking over your shoulder you did this Iago exposed you I see I did the heavy lifting I just pulled some strings yeah you're mine how do you expect I play dirty that's how you defeat a stronger opponent you strike from behind now give me the key you have a family trust me if there's a weakness Providence will find it I'll take my chances the key fine won't do you much good it's funny Cobb said the same thing thank you messenger don't I just killed you then we're even you 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 you